Die ganzen Türen sind wieder verschlossen. Die Regeneratoren und die Speicherstationen sind wieder einsatzbereit. Doch mit Notstrom allein bleiben Aufzüge und Schleusen weiterhin außer Betrieb. Ohne einen funktionstüchtigen Hauptreaktor sitzen wir fest. Vermutlich ist der Bewuchs, der Ihnen sicher aufgefallen ist. Nein, wo denn? Der Auslöser des Problems. Er blockiert die Belüftung des Reaktorsystems. Aha. Sind die Anweisungen klar? Welche? Soll ich jetzt den Gärtner spielen und hier alles... Ja, gut, mach ich. Verfolgen Sie die Wurzeln zurück bis zu Ihrem Ursprung. Ih, ein Baumgegner. Bergs. Ich mag Wurzeln nicht. Bup, auf. Weiter geht's. Ah, Wurzeln. Kind. Oh Gott, ihr seid da, ihr seid da. Na, war ja klar. Na, ist ja logisch. Ist ja genau dann, wenn ich es nämlich nicht will. Oh Gott. Ich spiele gleich weiter. Ich mache erst in einer halben Stunde oder so schneide ich den Scheiß zurecht, um ihn hochzuladen. Weg, 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 zurück, zurück. Zertöten, zertöten. Ich zertöte euch. Ihr haltet viel aus. Zu viel. Okay, und ich soll es bis zu seinen Wurzeln verfolgen? Wo sind denn die Wurzeln? Hier sind die Wurzeln. Hier, hier. Ich weiß es nicht. Woran soll ich das erkennen, wo die Wurzeln sind? Was? Oh Gott Es klingt wirklich wie ein Moskito Ist das eklig, ich hasse Moskitos Okay, wer mag schon Moskitos Also Na gut, jetzt werden sich wieder Leute von PETA melden Hör mal, hör mal, Funk, weißt du, es gibt auch Leute, die mögen Moskitos Wir zum Beispiel von PETA Wir mögen alle Tiere, Tiere sind freundlich, weißt du Jaja, Schnauze So Hä? 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 Wie soll ich die bis zu den Wurzeln verfolgen? Ich kann doch nur hierbleiben Oder? Oder nicht? Oder doch? Da oben! Zum Teufel noch eins Ach, jetzt haben wir ja den Space Jump, genau Ah, so war das gedacht, gut Jaja, total toll der Space Jump, nicht wahr? Ja, oh, ihr liebt ihn auch, so sehr wie ich ihn liebe Hüpf, 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 gut Space Jump, Space Jump In den Mixer-Jump Total der Mixer-Jump, okay Ja, jetzt mach ich mal ein bisschen schneller Oh mein Gott Ihr hört es Oh, was? Wieso? Wieso ist das so unfair? Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Was soll denn das? Nein! Ich bin doch nicht tot Was zum Geiler war das? Däh, däh Was zum Geiler war das? Wie soll ich denn das machen? Hä? Ja, die Pflanzen nerven mich, nein Oh Gott, und ihr nervt auch nicht Raketen Ja, Space Jump Ich hasse euch, Mücken oder Bienen Oder, äh, ich Ja, ich kann es eigentlich gleich lassen Weil ich hab jetzt schon keine Energie mehr Oh mein Gott Ist das bescheuert Jaja, Mücke, hau ab Jaja, Mücke, hau ab Da, so, so, so Ja, ähm Und wieder auf dieselbe Art und Weise Wie eben gerade Zack, zack, zack So Ähm, wie soll ich Was denn jetzt passiert? Es hat grad tierisch geleckt Oh Mann, ich hab keinen Bock So Ich muss da lang Okay So ein Schritt Wir warten einfach mal Vielleicht gehen die Schritte auch weg Nee, irgendwie nicht, wa? Irgendwie sind die jetzt nicht wirklich weggegangen Nee Nee, ist ja cool Das ist natürlich ehrlich So Mal gucken, was passiert Es hat mich entdeckt Das ist passiert Aha Herrlich Verschwinden wir mal Und gehen wir wieder Es ist immer noch da Gut Kann ich das mit meinen Raketen einfrieren? Ich weiß es nicht Könnte das klappen? Leute, sagt was Sagt ja, nein Ja, gut Oh mein Gott Aber nur für Eine Millisekunde Scheiße Wie soll ich Verdammter Arx Was ist das denn? Hä? Ja, nochmal Was ist denn das für ein Scheiß? Moment, also Ich probier mal Feuern, runter, machen So So muss ich es im Endeffekt machen Das ist ja geil Darauf hab ich jetzt eine Lust Ohne Ende Ich hasse euch hier Ja, ja, ja Weg Oh nein Gut Schön Das war ein guter Treff Oh nein Weg, 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 weg Weg von den Moskitos Echt Okay Also Ich geh jetzt den Weg her Ja, der ist länger Aber da sind Die Moskitos hier besser Die Best Oh Gott, das war knapp Und hab ich das jetzt irgendwie schon mal Ja, ich hab's schon fast richtig gemacht Also am besten gleich so So, so, so Und rein Okay Ähm, nochmal Ist jetzt das letzte Mal, dass ich's probiere Wenn's so nicht klappt Wie ich jetzt hoffe Dann, äh Hm Hier springen Okay Dann lade ich das erstmal hoch Und Okay, Moment Wir warten also hier auf sie Okay Ja, 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 ja Es sieht schon mal gut aus Nein, nein, nein So, mein Gott Samus Mein Gott Nein, nein, nein Samus Alter So, 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 so Ey Hör auf, hör